meine leute willkommen zurück bei uns auf dem channel wir spielen wieder mario kart 50 kubik jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das achte rennen haben wir da sind wir durch sport kuppe das ist ein bisschen wo es noch keine mutter da kommt katz joshiba 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 so dann sind wir jetzt bei den meisten die kapp an der platzplatz platzport bei mario ja da wirst du gleich sehen da werde ich dir gleich erst mal ach so die rübe blutig schlag so ist es na da muss man gucken das gucken wir uns das war ja wahrscheinlich schon wieder dicke worte und dann kriegen wir den mussten damit erst mal schön wie die gezogen ich habe gesagt ich auch das heißt eben sagt was nichts bekommen und es war in der ich gedacht wie sogar kann man tricks machen sind schon der wasch vergesst was tricks in der luft kann sich die tricks machen kann man kann man machen muss noch einen kurzen schub vorher ist auch mal eine banane auskutscht kann sein direkt hinter dir gewesen die und feuchte land es ist aber falsch kacke bullshit mehr voll verkackt jetzt ist er schon wieder nervig und schon hier unten anfangen können geht noch fünf stunden oder so wer weiß wer weiß ja jetzt geht sie dann ja so drei roten panzer genau ich habe noch ein ja 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 ich habe ich ein achten kriegt ja aber wieso kriegt er dich und nicht im zweiten ja weil man wahrscheinlich vorher abgeschmissen nicht sagt mich der küsser sogar noch überholt ja wenn ich nicht erster wert darf du dir sonst ja das war wohl doch ja sicher noch ein rei kommt das kriegst du zurück ich bin ja erster das ist ja natürlich schön auf die feuerlinge der druck man hat eben auch schon so feuerflammen dinge doch ja nicht wo ich noch ein schlaf na jetzt gesagt macht sie ja 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 und wieder mein ding weg da mein schießbinds ging es muss nicht mal was ich krieg das ist ja nicht so schlimm naja wenigstens gibt es heute ja das kann es auch kein plan ja das kommt voll zwischendurch gefahren ich spreche auch das krieger worte du den wir ja bleiben bis wir ja genau ich habe herausgefunden war man schneller ist weil wir haben doch letztens darüber unterhalten warum jetzt schneller bin du und du schneller bist wie ich ja wenn die zehn münzen das erste top speed absolut ist ja ich wusste irgendwas war mit den münzen ich wusste schon ja jedes mal ein kleines stück gekommen sei auch in jedem was dann einfach dementsprechend ja natürlich noch mal aber ich breche ab ja das macht natürlich sinn was geht das macht ich glaube ich auch kurz schneller dieser kleine ja das mag ja sein aber ja genau ich bin einfach gar nicht einfach überall durchgedrückt ja hast du nicht abgekriegt nein hatte marius deswegen bin jetzt zweiter oder vierter oder letzter oder letzter direkt teleportiert und muss noch mal eine runde fahren doch so ein bisschen sind das viele blauen juli so ich krieg das mittlerweile auch hin ja wenn wir einmal den dreh raus hat uns gar so schweigere schweigern achten schweigert was sind das schweigert ist der heißt zum schweigert echt ja ich glaube mir man ließe ja ein habe ich hier noch extra gelassen ja ja ich bin ja nicht so ein gewusst doch 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 voll ach verdammt zu viel abgeschmissen ding 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 ich bin leider nicht in deinem wunsch hatte ja das soll es auch gar nicht durch natürlich will ich nur wieder schneller so ein bisschen ich weiß nicht wo man sie lang ist ja auch bis hier gar gar nicht aber komplett da haben wir mal die grütze da weg wirklich schon auslachen aber da kann man einfach mal ja wahrscheinlich kann sich irgendwie von unten erfahren jetzt irgendwo bestimmt schon wieder durchgefahren gibt es doch gar nicht kann man unten durch die entschuldigen das war jetzt aber nicht so gewollt gut zu wissen da geht es aber schon ab ja danke ich habe mich nur gefragt wann und wo du rauskommst gar nicht vorne am ziel das wäre es ja voll verpufftes team aber man kriegt auch immer einen kleinen schub wenn man nutzen ein ja ich krieg keine so ein arsch von mir die minsen klaut jetzt bestand jetzt und streiten jetzt frett sich nicht doch kommt da ich habe gerade noch vorne drinnen scheiß so kommen ja nie auf 10 aber was soll denn der dreck ja genau wie vorher da ist mir egal das ist es nicht schlimm ich sehe gar nicht das ist doch nicht mehr normal da kann ich ja da kann ich ja gar nicht erster werden und vorne fällt so ein kleiner bastard rum jetzt 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 kollegen stand ja super kräfte der munzen jetzt vielleicht nicht weg niemals was hattest du denn nun zuerst von münzen ich dachte eigentlich da wäre schon ein bisschen gegen zum Glück bin ich nicht vom glas runter schade hier ist die scheiße man kann man kotzt mir an ich will echt verstehen ja jetzt mal machen sollen ne 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 ach ja so macht das spaß das spiel ja geht ja geht jetzt bin ich da die ganze zeit oder was das spiel mit beethoven auch kein mensch zu tun ja nix ja schon wieder kacke rache ist blut oder nein grüner banzer buch dreck ja ja jetzt grisal von dem ach nö scheiße ich bin ich abgestürt soll ich so langsam einfach mal ja einfach vier ja ist auch gut so ne 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 das ist doch scheiße nein super finde ich echt gut ist hier für ein ding der macht hat hat wer schießt denn da schon wieder auf mich ist das ganz nicht wahr du kleiner pisser seine feuerblume direkt wenn du mich triffst ich sagst der kollegischen schmierschuh ich habe ja nur mal 0 münzen ja ja respekt man ist genau richtiger lager riecht war das genau richtig so mein panzer war schon seit zwei minuten kaputt wir wollen ja ja vor dem war doch der radio oder ich habe noch geholfen und ach so jetzt hier mal im münzen 1 ach gut ja schon wieder verkackt ja nervlich wenn du ja so eine scheiße so eine scheiße so ich hab's mit langen jetzt ja aber ihr holt mich trotzdem ein das kann ja schon mal gar nicht sein ist doch kacke ich wollte ihn eigentlich nach vorne abschmeiden ja hast du nicht getrunken doch wollte ich eigentlich habe ich nach vorne gehalten aber dann kam irgendwie dein und dann habe ich lieber zu seite gezogen ich würde mich nicht von einer banane treffen doch jetzt merkt man es jetzt bist du schneller ja zu recht das ist auch gut so aber wahrscheinlich kriegst du gleich eh so rotes nieder ich nehme nöt nur na das ist naja voll in die schufe ja genau fliegst du wieder hin welch doch zum kotzen man da hat es schon wieder hey ich krieg denkst dich trefft das blaue dinge zum neusemelden quasi diese punkten dinger war die nerven sein ja das ist auch gut so ich muss ja jetzt noch eins gehören haupt los ab krieg dich nicht mehr da fliegen die dinger durch die gegend wir treffen mich jetzt wahrscheinlich hoffentlich nö 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 ja scheiße nein finde ich diesmal gut ich hätte ich vielleicht noch gekriegt wenn ich nicht in die schlucht geflogen wird vielleicht mysteriöserweise ja komisch komisch naja sind wir schon beim vierten rennen muss ich gewinnen sonst bin ich wieder zweiter sonst jetzt hängt ja 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 ich hoffe leute ihr könnt es so halbwegs angucken dass wir nicht zu schlecht sind nur so am handel wahrscheinlich denken wir sind das zwei jungen wir uns erfüllen ja das war aber nicht so geil nämlich wirklich ne das war nicht so gut ich sage mit dem das ja der panzer den letzten weisen die hunde und ihren fliegen ja was irgendwas was blauer hat mich überholt und ist aus ja und ist zu dir da schon die grüße jetzt schon den langen mann ja ich weiß gerade professionell allen münzen aus nur gut und bleibt mehr für mich aber dass die ja wieso überholt mich ja nicht jeder kann wohl nicht wahr sein ja nein da bin ich voll in den rasen da kommt was blaues ich habe das rotes abgekickt ach und den blauen kriege ich auch noch ab das finde ich aber nett ja das die wissen dass du vor mir bist deswegen ist ja hinterm alle erste nächste sprung der also der don't getracht von dir mit schatten gemobst du nicht vom don't ja klar der hat ja ein bisschen mehr du mal dass man von dir und schatten bekommt ja ich hätte nicht geschossen wenn du nicht zuerst geschossen hättest ja ich wusste nicht was du kriegst ich habe einfach gedacht du bist gerade so schön her ja ich freue mich einfach mal lieber ab als vierter dritte ja doch doch da ja 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 du du pennar das war die kleine süße mario oder den den haben schon geklappt und erstreckt machen du besser ich finde das gut ja wieso hast du schon wieder windschatten das geht ja das geht schon mal gar nicht so nicht mit leicht und geben drei auch nicht die kleinen jahre hat der marion kriegt sehr gut so lange schlechteren münzen werter hast wie ich dann geht das kürzlich wieder zweiter ist die letzte runde sich das richtig ja das ist ja scheiße buchst du bist du warst voll weit vorne dran die könnten jetzt auch mal so blauen ding da noch mal los schieße irgendwann alles pilze kann sein ja jetzt würde sie mir zwei löschen ach vielleicht rutscht mich gleich das riesen durch ein ja die banane hoffentlich habe ich fast reingedübeln naja ist egal er kriegt und zwar zählen ließen aber das bringt man nix ja außerdem was ok der scheiße man schon wieder zweiter naja also gut leute jemand noch den den achten teil von dem rennen da sind wir mit 50 kubik fertig sehen uns später bis dem